Es ist richtig kalt geworden und es gab die ersten Schneeflocken. Ja, bei Ihnen zu Hause auch. Ich war richtig erstaunt, als dann plötzlich dieses erste kleine Weiße vom Himmel rieselte. Das ist mal so das richtige Anzeichen für Weihnachten und da freut man sich so richtig. Da kommt richtig diese Weihnachtsstimmung auf und da heißt es natürlich jetzt auch dekorieren. Jetzt ist der Moment gekommen, wo richtig Weihnachten aufgefahren wird. Also bei mir zu Hause zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sandra. Aber jetzt geht es wirklich so richtig in die Vollen. Jetzt muss es überall leuchten, jetzt muss es überall glitzern. Jetzt muss wirklich die volle Weihnachtsdeko aufgefahren werden. Jetzt geht es auch nochmal in den Keller, auf den Dachboden. Jetzt wird geguckt, wo finde ich nochmal was und was muss noch gekauft werden? Wo kann noch irgendwas schön dekoriert werden? Genau, jetzt ist die Zeit, wo die meisten schnell in den Keller rennen oder auf den Dachboden und das Zeug zusammensuchen. Vielleicht haben Sie das auch schon gemacht. Vielleicht sitzen Sie jetzt zu Hause wie wir zwei, haben alles schön sortiert, was Sie alles da haben und was Sie noch brauchen. Und vielleicht fehlt Ihnen ja doch noch was für die Dekoration. Oder Sie denken, so ein kleines Highlight. Also ich kaufe mir jedes Jahr ein Highlight neu. Und wie wäre es denn für Sie in diesem Jahr mit einem LED-Nussholzstern? Oh, wunderschön gemacht. Der leuchtet. Den können Sie sich auch über die Tür hängen. Da ist eine richtig reißfeste Schleife dran. Es ist dieser Seil, also egal wo Sie es hinhängen, der kommt Ihnen nicht runter, es sei denn natürlich die ganze Wand fällt mit ein. Also der ist dann riesig fest, wenn er einmal angebracht ist. Mit LEDs. Echte Pinienzapfen sind hier auch dran. Oh, wie schön. Und das Ganze wieder batteriebetrieben. Sie können also ein- und ausschalten. Oh, ist das toll, wie der leuchtet. Schauen Sie mal. Und mit diesen kleinen Sternen. Ich mag ja das mit Naturmaterialien total gerne. Das bringt immer dieses Natürliche mit rein. Dann hier diese weihnachtlichen Farben. Super toll gemacht. Vor allem mit der Beleuchtung. So was jetzt an der Tür. So ein bisschen Schnee noch drüber. Ein bisschen Glitzer. Das können Sie sich auch ins Fenster hängen. Ich mag ja Fensterdekorationen. Ich finde das schön, wenn man dran vorbeigeht. Und überall in den Fenstern sieht man hier so schöne Sterne. Das ist super. Spätestens zum ersten Advent. Also im Grunde genommen in einer Woche muss die Deko hängen. Ja, auf jeden Fall. Meist haben wir jetzt schon dekoriert. Hier die roten Beeren und hier die kleine Deko. Das setzt alles noch so super Akzente. Weil Rot und Gold, das sind so die Kombinationen, die im Winter meistens sind. Das Grün darf natürlich nicht fehlen. Und es ist mit den natürlichen Pinienzapfen hier sehr schön verarbeitet. Wunderschön. In Kombination mit diesem Nussholz. Ganz, ganz hochwertig. Sehr edel natürlich, diese Naturmaterialien. Ja, und hier jetzt zum Spitzenpreis 6,56 Euro. Ja, da kann man auch gleich zwei-, dreimal zugreifen. Für die Tür, für die Fenster. Ist ja auch schön, wenn das dann wiederkehrend ist. Ja, Kathi, es kommt drauf an, wie viele Fenster du hast. Also es gibt ja Leute, die haben fast zehn Fenster an ihrem Haus. Ich würde dann auch zehn Stück nehmen. Das kann man ja jetzt bei 6,56 Euro auch durchaus machen. Das kann man wunderschön aufhängen. Dann die Beleuchtung anscheinend. Da staunen dann auch die Gäste, wenn die kommen und das leuchtet überall so schön und man hat diese tolle Beleuchtung. Das ist doch ideal. 6,56 Euro. Sie dürfen natürlich auch gleich fünf oder zehn oder zwölf bestellen. Das ist überhaupt kein Thema. Also gleich anrufen unter der 0180, 51, 51, dreimal die zwei. Das ist wunderschöne Dekoration, gerade mit den Naturmaterialien, mit dieser tollen Dekoration hier eingearbeitet. Sehr hochwertig mit dem Licht ja auch dran. Da ist ja die Lichterkette hier gleich mit eingearbeitet und dann 6,56 Euro. Das ist doch fantastisch. Ja, und es ist ein sehr schönes, warmes Licht. Und Sie brauchen sich auch keine Sorgen machen, dass Sie Strom brauchen. Das ist batteriebetrieben, zwei Doppel-A-Batterien und die Sache ist erledigt. Und das hält auch ewig. Die ganzen Weihnachten, da brauchen Sie auch gar nicht nachfüllen. Also es ist wirklich eine sehr schöne Dekoration für Türen, für Fenster. Ich würde Ihnen empfehlen, sich für mehrere zu entscheiden. Ich meine, dafür haben wir auch gleich noch das Doppelpack so als Idee für Sie. Aber so ein einzelnes Highlight ist auch möglich. Sie können es auch auf Ihrem Tisch dekorieren. Das ist natürlich auch eine Idee. Also auch zum Hinlegen, zum Aufstellen geeignet. Unsere NX 78,51 und die 569. Greifen Sie zu, so viele Sie möchten. Vielleicht auch einzeln mal zum Verschenken. Wir haben gleich auch noch das Zweier-Set für Sie. Da kommen nämlich schon viele Anfragen rein. So was ist natürlich auch sehr, sehr schön. Also gleich bestellen. Nicht, dass da die gewünschte Stückzahl weg ist. Jetzt das Zweier-Set für Sie. Das Zweier-Set für 11,31 Euro. Da hat man dann auch gleich noch einen kleinen Preisvorteil. Also wenn Sie da mehrere von haben möchten, dann gleich zwei für 11,31 Euro. Sie können auch das Zweier-Set dann auch direkt doppelt, dreifach, vierfach bestellen. Wenn Sie möchten. Ruhe, du bist gleich dran. Da macht sich hier schon die nächste Deko bemerkbar. Die ist wieder ein bisschen vorlaut. Aber das Zweier-Set auch wunderschön. Natürlich zwei für 11,31 Euro. Mit der NX 76,47 und der 569 als Bestellnummer. Mal schauen Sie mal, ach, schön nebeneinander kann man das natürlich auch schön hängen, wenn man möchte, in einem großen Fenster zum Beispiel. Oder wenn es eine breite Eingangstür ist. Man kann auch zwei hängen. Wobei, so zur Eingangstür, denke ich, passt einer am besten. Aber in so ein großes, breites Fenster kannst du schon zwei hängen. Oder sogar drei, versetzt. Klar, wenn man so ein großes, vielleicht haben Sie auch so ein großes Wohnzimmerfenster, so ein schönes, da kann man dann auch zwei oder drei aufhängen. Das ist überhaupt kein Thema. Also gleich bestellen. Schon stark nachgefragt, unsere tollen Sterne hier. Gleich anrufen unter der 0180 51 51, dreimal die zwei, dass Sie da die gewünschte Stückzahl bekommen. Aber wir haben noch weitere Dekorationen. Die hat sich hier so schon so ein bisschen bemerkbar gemacht. Zeigen wir Ihnen natürlich sofort. Und da haben wir hier unser wunderschönes Weihnachtshaus. Bist du ruhig, erst kommt das Haus. Ui, 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 das Haus ist zuerst dran. Das zeigen wir hier zuerst. Das steht hier vorne für Sie. Das ist natürlich auch toll. Zum Hinstellen mal auf dem Tisch. Ja, das muss jetzt hier noch ein bisschen Ruhe geben, bis es dran kommt. Aber das ist natürlich auch süß, so zum Hinstellen. So ein kleines Haus. Ist das das Haus vom Weihnachtsmann? Kennst du noch dieses Spiel? Das ist das Haus vom Nikolaus und nebenan vom Weihnachtsmann, wenn man so die Striche malt. Also das ist jetzt so das richtige Nikolaus-Haus oder auch das Haus vom Weihnachtsmann. Aber ist das toll? Natürlich beleuchtet, damit der Weihnachtsmann am Weihnachtsabend auch wieder nach Hause findet. Wenn es stockduster wäre, würde er ja sein Häuschen nicht finden. Eine tolle LED-Beleuchtung. Rutschfeste Gummifüße sind da drunter. Also egal, wo Sie es hinstellen. Das hält auch fest, das kann Ihnen auch nicht runterrutschen. Ist das niedlich. Mit geschmücktem Weihnachtsbaum. Dann das Häuschen verschneit. So wohnt der Weihnachtsmann. Wer das schon immer wissen wollte, dann müssen Sie jetzt zugreifen. Hier der Kranz hier oben, das ist ja goldig mit der kleinen roten Schleife. Und dann hier auch noch diese Beleuchtung oben am Giebel. Das ist ja süß und da hat es schon ordentlich geschneit. Also das sieht man hier. Und dann liegt da auch noch schon ein Geschenk vor der Tür. Und ist das eine Glocke? Ach Gott, ist das süß. Da kann man auch klingeln, um den Weihnachtsmann zu besuchen. Sehen Sie das hier? Da ist die Glocke an der Seite, um zu klingeln. Ist das süß. Total schön gemacht. Auf dem Kamin sieht das herrlich aus. Im Flur ist es eine tolle Geschichte. Oder auch unterm Weihnachtsbaum. Vivian hat ja gesagt, dass Sie Ihren Weihnachtsbaum schon vor dem ersten Advent geschmückt haben zu Hause. Und da kann man so etwas erst mal unter den Weihnachtsbaum stellen. Weil Geschenke, die werden Sie ja sicherlich noch nicht am ersten Advent alle haben. Vielleicht ja doch. Ein Grund mehr, jetzt sofort in die Leitung zu gehen. Das kann man ja überall aufstellen. Total goldig für 6,56 Euro. Und man hat immer was zu entdecken und freut sich über die wunderschöne Beleuchtung. 6,56 Euro unser Weihnachtshaus vom Santa Claus NX8152 und die 569. Auch eine schöne Geschenkidee, finde ich. Also das kann man auch gut verschenken. 6,56 Euro. Ganz, ganz goldig. Also es ist so toll gemacht. Und sowas sieht man auch selten. Also zum Aufstellen mal was ganz, ganz außergewöhnliches. Weihnachtsmarkt, wenn du so ein Häuschen bekommst, die sind meistens halb so groß und kosten dafür mehr als das Doppelte. Ja, das sind immer diese ganz, ganz kleinen, die man mal sieht als Beleuchtung. Genau, und da zahlst du dann so 12, 15 Euro. Ja, und die haben dann meistens auch nur ein Lichter drin. Ja, ja, wenn sie überhaupt eins haben. Hier haben wir ja ganz viele Beleuchtungen. Das sieht man ja hier sehr schön. Ja, das dürfen 6 LED-Lämpchen sein. Ein wunderschön dekoriertes Haus. Total süß. Es ist ein Traum. Ganz, ganz süß. Das ist unser Haus hier. Und wir haben auch eine kleine Tanne. Ja, die ist aus Keramik. Das heißt, die können Sie auch jedes Jahr wieder aufstellen. Ist auch wunderschön beleuchtet mit LEDs. Gelb, violett, rot, blau, grün, orange. Ja, man müsste dafür das Licht ausmachen. Das sieht man jetzt gerade schlecht. Aber bei Ihnen zu Hause, wenn es dunkel ist, werden Sie sie in allen Farben leuchten sehen. Da ist ein Timer mit dabei. Der Timer, den können Sie einstellen, dass dieser tolle Weihnachtsbaum für 4 Stunden leuchtet. Dann ist er ausgeschaltet für 20 Stunden und geht dann automatisch wieder an. Das heißt, da wissen Sie dann auch immer, wer ist er. Sehen Sie es. Und schau dir das mal an. Das ist ja lustig gemacht, diese kleinen Zapfen, die da dran sind, die in den bunten Farben leuchten. Das ist ja so witzig. Schauen Sie mal, ist das super. Du siehst die Farben ganz toll. Gelb, violett, rot, blau, grün. Sogar orange hier unten an der Seite sehen Sie es. Ist das toll. Das sind ja so kleine Tannenzapfen. Und das sind die Lämpchen. Die Tannenzapfen sind die Lämpchen an dem Weihnachtsbaum. Das ist ja total witzig gemacht, oder? Das ist also wie ein geschmückter Weihnachtsbaum. Und es sieht so aus, als ob der kleine Lämpchen dran hat. Aber die Lämpchen sind in Form von den kleinen Tannenzapfen. Also das finde ich ja total lustig. Das ist ja richtig witzig. Den würde ich schon am 1. Advent aufstellen. Und zwar am besten irgendwie in die Nähe des Fernsehers. Weil es ist ja erwiesen, wenn noch so ein leichtes Licht da ist beim Fernschauen, dass es viel angenehmer ist. Und da könnte man zum Beispiel so einen schön beleuchteten Weihnachtsbaum daneben stellen. Man hat ihn immer im Blick und kann sich auch ein bisschen mehr beim Fernsehen entspannen. Und der hat ja jetzt auch, der ist ja Batterie betrieben, ne? Der hat ja jetzt hier, wie sehen Sie, der hat ja keine Leitung oder so. Den kannst du ja auch mal so einem Kollegen oder sowas schenken, ne? Genau, um Weihnachten. Den, die so ein bisschen weihnachtsmuffelig oder so sind. Sagst du, komm mal her, jetzt gibt es hier einen Weihnachtsbaum ins Büro, so einen kleinen beleuchteten oder sowas. Auch für Wichtelpäckchen. Ja genau. Also bei 9,41 Euro ist das ja gar kein Thema. Kann man mal mitbringen, weil das hat ja jetzt auch, braucht gar keinen Stromanschluss oder sowas. Kann man ja überall aufstellen und dann gibt es überall einen Weihnachtsbaum. Auch wenn die Kinder zum Studium unterwegs sind, dass sie in ihrer Studentenbude so einen kleinen Weihnachtsbaum haben. Weil häufig ist es so, wenn Kinder auswärts sind zum Studium, zur Ausbildung, die wollen sich keinen Weihnachtsbaum kaufen. Aber so eine kleine Dekoration ist doch schön. Das ist genau das Richtige, oder? Den bestellen Sie jetzt sofort. Der ist total lustig und richtig, richtig schick mit der Beleuchtung. LX 81,63 und die 569 für 9,41 Euro. Unser toller beleuchteter Weihnachtsbaum hier. Der macht richtig Spaß. Also der ist richtig süß hier. Den können wir jetzt hier direkt mal mit in den Warenkorb legen. Passt auch beides zusammen. Das Haus vom Nikolaus, also vom Center, vom Weihnachtsmann, passend zu der Keramiktanne. Das ist eine schöne Idee. So, jetzt, jetzt darf er. Jetzt darf er. Er war schon so ungeduldig. Ja, jetzt haben wir unsere Schneekugel zum Einsatz kommen. Haben Sie die schon mal gesehen? Die ist da auch richtig toll, oder? Da geht so ein richtiger Schneesturm los. Ja, vor allem so Evergreens kann man ja immer hören. Das ist toll zur Weihnachtszeit. Sie haben das schon gemerkt, dass unser singender Weihnachtsmann sich immer wieder zu Wort meldet. Diese Kugel ist berührungsaktiv. Die hört nach 20 Sekunden auf. So, jetzt ist unser Weihnachtsmann fertig. Wenn ich ihn aber in irgendeiner Form berühre, dann... Oh, jetzt? Okay, ich wollte gerade schimpfen. Dann legt er nämlich wieder los. Sie können die ganze Zeit den Klassiker hören. Sie haben ihren Schneewirbel, sie haben ihren singenden Weihnachtsmann. Also, so könnte zum Beispiel der Heilige Abend eingeläutet werden, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Und diese Beleuchtung, da sieht man ihn schon stehen in diesem Schneesturm. Schau mal, was trägt er denn da? Er trägt einen Weihnachtsbaum spazieren. Der hat alles mit dabei. Und haben Sie das gesehen? Der trägt einen kleinen Weihnachtsbaum spazieren. Eine kleine Tanne hat er da dabei. Und dann geht er da an der Laterne spazieren. Allein so schon. Also, wenn du das jetzt irgendwo hinstellst, sieht das ja toll aus, diese Riesenschneekugel. Ist ja wirklich was, was man gerne anschaut, wo man richtig begeistert ist. Oh, dann geht die Musik wieder los. Also, ich würde das den ganzen Heiligen Abend machen. Damit könnte man zum Beispiel die Kinder zum Essen rufen. Ich kann sagen, nicht nur du wahrscheinlich, sondern auch die Kinder werden wahrscheinlich, oder die Enkelkinder dann, die werden wahrscheinlich immer wieder dran fassen und sagen, Oh, nochmal hier unsere große Schneekugel in Gang setzen. Das ist ja toll. Das begeistert die ganze Familie. Wenn das zum Beispiel die Mama kriegt, so zum Weihnachtsabend, dann kann sie immer, wenn dann Weihnachten gegessen wird, ihn anmachen, damit die ganze Familie sich zum Essen versammelt. Ja, das Essen ist fertig. Ja, das ist toll. 9,41 Euro. Unsere NX 81, 37,569. Also, so ein tolles Produkt, oder? Das ist doch so herrlich. Das macht richtig Spaß, wenn man den Weihnachtsmann hier singen hört, wenn das Licht leuchtet, wenn der Schnee stürmt. Das wünschen wir uns auch heimlich so ein bisschen für die Weihnachtstage, dass dann so ein bisschen Schneesturm kommt. Ja, und vor allem, er ist ja nicht nervend. Er macht das ja nur für 20 Sekunden. Also, es sind immer mal 20 Sekunden, so ein kleiner Spaß, und dann ist auch wieder Ruhe. Es ist ein tolles Geschenk. Es ist die Möglichkeit, die Leute zum Essen zu rufen mit dem... Ich muss nochmal. Mit dem Weihnachtsmann. Und es ist auch schön am heiligen Abend. Es ist ein schöner Spaß für die ganze Familie. Es ist weihnachtlich. Die schöne Schleife, die ja noch drumrum ist, wie so ein Geschenkpaket verpackt. Läuft mit Batterien. Also, Sie brauchen auch sonst keinen Strom. Ist auch ein schönes Licht dann am Abend, wenn Sie zum Beispiel nochmal ins Weihnachtszimmer reingehen. Dort ist dunkel. Dann anfassen, und dann haben Sie es wieder hell. Ist das toll. Ja, muss auf jeden Fall sein, oder? Ist auch ein schönes Geschenk. Gleich bestellen. Sie dürfen noch zwei oder drei bestellen. Ist gar kein Thema. Unsere NX 81, 37 und die 569. Und viele haben jetzt schon angefragt, was mit der tollen Laterne ist, die hier so schön glitzert im Hintergrund. Die ist natürlich hier ganz stark nachgefragt. Jedes Mal, wenn wir die hier in irgendeiner Sendung haben, bekommen wir da so viele Anfragen. Bitte gleich bestellen. Nicht, dass da wieder eine Begrenzung entsteht oder sie gar ganz ausverkauft ist. Unsere wunderschöne LED-Laterne mit dem kleinen Schneemann. Und guck mal, es fängt wieder an zu glitzern. Ist das toll, dass es was ganz Außergewöhnliches ist. Ja, Sie sehen hier diesen ganzen Glitzer, so wie kleine Diamanten. Ja, es ist so ein kleiner Schneesturm, aber mit Diamanten. Wer möchte das denn nicht? Der Weihnachtsmann ist drinnen. Hier innen drin ist so ein kleiner Ventilator, der sorgt für diesen Schneesturm, dass sich das Glitzern immer mal bewegen kann. Ist auch batteriebetrieben. Sie sehen auch hier im Dach, das so sternförmig ausgeschnitten ist. Das gibt ein sehr schönes Sternenlicht. Wenn Sie diese Lampe anhaben und es ist dunkel, dann sehen Sie diese Sterne überall. Hier vorne sehen Sie einen kleinen Knopf. Der ist zum An- und Ausschalten. Und dann ist er an. Und wenn Sie dann ins Bett gehen, Sie können es im Fenster stehen lassen, dass er über Nacht leuchtet. Oder machen den Schneemann wieder aus. Ist das goldig. Ist das süß. Schauen Sie sich das mal an. Du kannst es auch hängen. Ist das toll, ja zum Hinhängen oder Hinstellen. Und das sieht wirklich so, das ist Wasser da drin, ne? Ja, ja. Das ist so toll. Also so eine kleine Laterne mit Wasser und dann dieses Gelitschern und Funkeln. Ich finde immer, das sieht so ein bisschen aus, als ob so ganz viele Schneekristalle, ne? Genau, Schneekristalle oder auch so Sternschnuppen funkeln würden. Ich bin da total begeistert von. Und wie du gesagt hast, hier oben mit diesen wunderschönen Sterneffekten noch, das kann man auch toll immer in so ein Regal reinstellen. Also der ist wirklich, der ist unglaublich praktisch. Sie haben ihr Licht, sie können ihn aufstellen, aufhängen, wie sie Spaß haben. Hier oben durch diese ausgeschnittenen Sterne haben sie ein wunderschönes Licht. Und der Wirbel, dieser Schneewirbel da drin, das ist nicht nur ein Spaß für die Kinder. Ich glaube, da haben auch Erwachsene ganz viel Freude daran. Sie haben ihr Haus beleuchtet, sie haben Weihnachtsstimmung. Und schön verpacken können Sie ihn dann auch, wenn Sie ihn bis zum nächsten Jahr irgendwo verstauen wollen. 11,31 Euro, da bitte schnell zugreifen, nicht, dass der dann wieder ausverkauft ist. Die NX8181 und die 569, wunderschöne Weihnachtsdekoration für die Vorweihnachtszeit, für die Weihnachtstage. Da muss man jetzt ganz schnell zugreifen, denn das ist das Schönste hier bei uns aus dem Programm. Wir haben auch unsere wunderschönen Sterne mit der Beleuchtung hier einzeln und als zweieres Set schon ganz stark nachgefragt. Bitte da schnell zugreifen, dass Sie die noch bekommen, weil das ist natürlich auch was ganz, ganz Besonderes. Und die leuchten so schön mit den Naturmaterialien. Was Sie brauchen, sind natürlich Batterien. Das ist ganz wichtig, weil alles ist batteriebetrieben. Man braucht keine Steckdose, das ist sehr praktisch. Ja, ja, für das Haus vom Weihnachtsmann sollten Sie unbedingt an AAA denken. Die sind umweltfreundlich, sind auch tolle, starke Batterien ohne Cadmium, ohne Quecksilber. 20 Stück. Und wir haben da direkt diese 20er Sparpacks für Sie, sehen Sie jetzt eingeblendet. 4,66 Euro mit der PX1569 und der 569 und auch dann die Doppel-A-Batterien auch im 20er Sparpack. Die anderen, die laufen alle mit Doppel-A. Die sind genauso energiesparend, die sind genauso stark, die sind auch umweltfreundlich, müssen Sie einfach mitnehmen. Weil gerade zur Weihnachtszeit, Sie können nie genug Batterien zu Hause haben. Ja, da braucht man einfach. Da sind auch mal Kinderspielzeuge oder sowas, die man vielleicht verschenkt, die Batterien brauchen. Also ein 20er Sparpack Doppel-A und Triple-A einfach mitbestellen. Dann haben Sie die immer zu Hause. Vielleicht auch gleich zwei am besten bestellen, dann hat man genug. Und dann bleibt auch die Freude am Weihnachtsabend nicht, dass dann die Batterie fehlt. Ja, das kann ja sein. Das ist der Spaß dann zu Ende. Und wenn es nur die Fernbedienung ist vom Fernseher, die eine Batterie braucht, deshalb gleich mitbestellen. Also wunderschöne Dekoration für Sie, das Beste für die Vorweihnachtszeit. Und dann macht es richtig Spaß, wenn man die jetzt nochmal so richtig loslegen kann, nochmal vor dem 1. Advent schön aufdekorieren kann, alles toll beleuchten kann mit der tollsten Weihnachtsdekoration. Sie haben bestimmt noch das ein oder andere Zuhause, aber dann kommt noch was Schönes, Neues dazu. Und dann freut es einen umso mehr. Deshalb will ich jetzt nochmal schnell anrufen hier. Gerade unsere schöne Schneekugel und die tollen Sterne. Wir wünschen viel Spaß damit.